Ich möchte mich recht herzlich für die heutige Auszeichnung bedanken, die wir für die Arbeit im Verein Energiehurtag Kötschach-Mauten und für unser Projekt Lerngarten erneuerbaren Energien erhalten haben. Wir sind sehr stolz auf dieses Projekt Lerngarten erneuerbaren Energien. Viele Schülerinnen und Schüler nehmen es in Anspruch, um zu diesem wichtigen Thema positive Erfahrungen zu sammeln und ich bedanke mich recht herzlich bei Klimabündnis Kärnten, bei der Pädagogischen Hochschule Kärnten Mag. Bernhard Schmölzer, bei Christoph Aste sowie den Mitarbeitern des Vereins Energiehurtag Kötschach-Mauten und den heimischen Schulen, die als Pilotschulen zur Verfügung gestanden sind.